Österreich befindet sich derzeit im Lockdown. Doch Flugreisen im Lockdown sind erlaubt, vermeldet der Flughafen Wien. Wichtig jedoch, sich vorab über länderspezifische Reisebestimmungen zu informieren. Wie das österreichische Gesundheitsministerium auf seiner Webseite klargestellt hat, ist die Auslandsreise möglich – psychische und physische Erholung im Freien. Es sind natürlich die Einreisebestimmungen bei der Einreise ins Zielland und nach Österreich zu berücksichtigen. Wer also während des aktuellen Lockdowns mit dem Flugzeug verreisen will, kann das ganz legal tun. Die Airlines bieten im aktuellen Winterflugplan 2021-2022 zahlreiche Angebote. Mit der richtigen Vorbereitung kommt man ganz entspannt durch die Einreisekontrollen. Sollte die Zieldestination einen Impftest oder Genesungsnachweis verlangen, so ist dieser in vielen Fällen schon beim Check-In am Flughafen vorzuweisen. Manche Länder verlangen auch eine Online-Registrierung vor Reiseantritt. Passagieren wird daher unbedingt geraten, sich vor dem Reiseantritt bei ihrer gebuchten Fluglinie oder ihrem Reiseveranstalter über die notwendigen Formulare und Bestimmungen zu informieren.